Bauer sucht Frau Final Eklat. Inka Bause geht auf Landwirt los, Aschert Kirmes. Das erleben die Zuschauer von Bauer sucht Frau selten, trotz mancher Fehltritte ihre Landwirte platzt Inka Bause selten der Kragen. Doch genau das ist nun beim großen Finale der Koppelshow passiert, und das völlig zu Recht. Bullen-Züchter Siegfried bekommt von der Moderatorin beim Wiedersehen ordentlich die Leviten gelesen. Punkt Bauer sucht Frau, so dramatisch wird das Wiedersehen am 19. Dezember. Am Dienstag, 19. Dezember, ist es soweit, die Zuschauer erfahren beim großen Bauer sucht Frau Finale, wer nach den Dreharbeiten der Koppelshow zusammengeblieben ist, und wer sich trennte. Wie Inka Bause bereits im Vorschau dieser von Folgen 9 ankündigt, wird es die eine oder andere Überraschung geben. Und damit verspricht sie nichts zu viel. Zahlreiche Paare haben sich unverhofft getrennt. Unter anderem Patrick und Sarina. Neben einigen freudigen Nachrichten, zwei sind einige bereits zusammengezogen, ein paar plant, bis zum Rest seines Lebens zusammenzubleiben, kommt das Drama beim Wiedersehen und Abschluss scheinen fest nicht zu kurz. Von Fremdtext-Eklass bis bitteren Körben vor der Kamera ist alles dabei, was das Koppelshowherz begehrt. Punkt Zusammen oder nicht? Siegfried lässt Simone hängen. Punkt Besonders unangenehm wird es allerdings, als Siegfried und Simone an der Reihe sind. Zwar hatte der Bullenzüchter bereits für so manchen Fremdschimm-Moment gesorgt, man erinnere sich allein an der Schmatz- und Kleke-Debacke beim Wellness-Essen, doch mit seinem Verhalten beim Recap-Talk mit Inka Bause platzt dieser Dezent der Kragen. Punkt aber der Reihen nach. Eigentlich ging die turbulente Hofwoche des 63-Jährigen und der 54-Jährigen vielversprechend zu Ende. Meine Traumfrau bist du hieß es auf einem Abschiedsgeschenk vom Siegfried, woraufhin Simone in Tränen ausbrach und den Rentner mit Küssen überzog. Ich bin schon in den Siegfried verliebt und ich wünsche mir auf jeden Fall eine feste Beziehung, schwärmte die Gebäudereinigen aus Brandenburg. Punkt doch vier Monate später beim Wiedersehen hängt Simone völlig in der Luft. Siegfried reagiert ausweichend auf die Fragen der anderen Bauern, ob die beiden nun zusammen seien. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Siegfried und ich ein Paar sind, aber ich weiß gar nicht woran ich bin, so die Blondine, die sich endlich Klarheit wünscht. Ich würde mich freuen, wenn er klipp und klar sagt, ja, wir sind ein Paar. Inka Bause platzt der Kragen. Da hat der Arsch aber Kirmes, mein Freund. Als RTL-Szenen von der gemeinsamen Zeit auf dem Hof einblendet, kommen ihr die Tränen. Gerührt versucht sie Kontakt zu dem 63-Jährigen aufzunehmen, während Siegfried sie weder ansieht noch irgendeine Rührung zeigt. Nach der Hofwoche hätten die beiden mehrfach telefoniert. Ich sag jetzt mal, wir verstehen uns gut, stellt Siegfried klar und verschränkt bockig die Arme vor der Brust. Ich habe dir Küsschen geschrieben, aber von dir kam nichts zurück. Da hab ich gedacht, okay. Konfrontiert Simone den Landwirt, der gleichmütig antwortet, gut, ist halt so. Da platzt Inka Bause erstmals der Kragen. Wenn ich mit einem Mann rumknütsche, der schenkt mir Rosen, der sagt, du bist meine Traumfreu und danach meldet er sich nicht mehr. Da hat der Arsch aber Kirmes, mein Freund. Aber richtig. Erst auf mehrfaches Nachbohren von Bause redet Siegfried endlich Klartext. Ich habe dir vielleicht falsche Hoffnungen gemacht. Ich sehe von meiner Seite nur gute Freundschaft. Aber der Funke ist nicht gefallen. Punktskandal nach bitterer Abfuhr, Siegfried startet Aufruf an Single-Frauen, während Simone weinend neben ihm sitzt. So weit, so unerfreulich. Doch dann das eigentlich Unfassbare, während Simone gerade weinend dabei ist, diese bittere Abfuhr zu verarbeiten, startet er einen Aufruf an andere Frauen in meiner Nähe, die Lust hätten, ihn kennenzulernen. Die beiden Frauen an seiner Seite trauen ihren Ohren kaum. Das ist natürlich jetzt hart, wo Simone neben dir sitzt, dass du da jetzt so eine Art Aufruf machst. Das ist schon so ein bisschen. Schluckt. Man kann ja nichts erzwingen, erklärt Simone geknickt. Inka gibt ihr aufbauende Worte mit auf den Weg, die gleichzeitig heftige Kritik an Siegfried üben. Also wenn ich das sagen darf, Simone, du bist eine tolle Frau, du bist sehr attraktiv. Ich glaube, dass du auch noch einige Zuschriften bekommen wirst. Und ich hoffe von jemandem, der ein bisschen ehrlicher ist. Der ein bisschen sensibler mit dir umgeht. Es tut mir leid. Muss ich wirklich sagen. Ist halt doof, gibt Simone schluchzend zurück. Mahnende Worte von Inka Bause, pass auf. Und Siegfried, für die Zukunft, pass auf Komma. Er mahnt die 55-Jährige den Rentner aus dem Ordenwald. Ob diese Worte bei ihm ankommen werden? Welche Paare tatsächlich noch zusammen sind und welche sich getrennt haben, erfahren die Zuschauer im Bauer sucht Frau Staffelfinale am 19. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL und so wie jederzeit bei RTL Plus. Bauer sucht Frau, Siegfried und Simone sind kein Paar mehr. Ich bin schon in Siegfried verliebt und ich wünsche mir auf jeden Fall eine feste Beziehung, erklärte Simone am Ende der Hofwoche vor Millionen Fernsehzuschauern in der Kuppelshow. Ihre Gefühle seien sehr stark. Wir passen einfach zusammen, zeigte sich die Blondine überzeugt. Während RTL Bilder von der gemeinsamen Zeit auf dem Hof einblendet, kommen Simone bereits die Tränen. Denn was nach der Hofwoche geschah, war alles andere als romantisch. Ich sag jetzt mal, wir verstehen uns gut, sagt Siegfried mit verschränkten Armen, bevor Simone die Katze aus dem Sack lässt. Ich habe dir Küsschen geschrieben, aber von dir kam nichts zurück, konfrontiert sie den Landwirt und wird kühl abgebügelt. Gut, ist halt so, antwortet Siegfried axelzuckend. Da kann Inka Bausen nicht mehr an sich halten, wenn ich mit einem Mann rumknütsche. Der schenkt mir Rosen, der sagt du bist meine Traumfrau und der meldet sich danach nicht mehr. Da hat der Arsch aber Kirmes, mein Freund. Aber richtig. Punkt Bauer sucht Frau 2023, Siegfried verletzt Simone weiter. Doch Siegfried ist weit davon entfernt, Reue zu zeigen. Immerhin räumt er ein, Simone vielleicht falsche Hoffnungen gemacht zu haben. Der Funke sei nicht übergesprungen. Doch dann leistet er sich allerdings sofort den Skandal der 19. Staffel Bauer sucht Frau. Im Beisein der weinenden Simone startet er einen weiteren Aufruf an Frauen, die eventuell Lust hätten, ihn kennenzulernen. Wie Simone und Inka reagieren, seht ihr beim großen Wiedersehen.